Wenn du uns hast, grüßt ihn, dass ein Piccolo sowieso tausendmal stärker ist als solche Leute. Weil das sind sterbliche Menschen in den Augen. Und normale Menschen ist ein bisschen ein Unterschied gegen, mit wem zu kämpfen. Und das lernt solche Normales nicht. Klar ist Krillin eigentlich auch ein starker Typ, aber leider nicht so stark wie Piccolo und so. So, das ist alles. Er kann gut auf die Öffnung, wenn er sich richtig anstrengen würde. Ja. Ey, jetzt gibt's jeder anders, aber Kami getrainiert hat alle. Oh, hey, you fought Goku in the World Tournament, didn't you? That's right. I wasn't good enough to get Goku to fight me in his mess back then. What's wrong? Go on, try and fight me using my true power. Not bad, Piccolo. You have your moments, but is this all you've got? I'm not finished yet. I can't move. This will end it. I still have some room for improvement. I think you've had enough. Oh, what happened to you for power level? You're better than I thought. Oh, I'm super. Oh. I better see how the little runts doing. Hope he's toughened up since the last time I saw him. Wow, this power is amazing. Hast du fått auch schon gesagt? Ich bin... Ich bin... Right, time to get down to business. ok die medaillen von ihnen habe ich auch noch nicht richtig auch noch es ist wie man es zu leben war wieder mal richtig charmant der piccolo hat er noch überlebt hat er noch überlebt nach teil es geht meanwhile in order to begin his training with king kai goku continued his arduous journey across snake way after what seemed like forever he finally reached his destination man this is tough oh man at this rate it's gonna take me way longer than a year to get to king kai's place wait a sec hey that's the tail yes i did it i made it to the end uh wait there's there's nothing here huh oh what's that round thing up there that must be where king kai is yep no mistake about it there's even a house ein haus eine straße die im kreis geht respekt ich mach mal ein ausflug boom 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 hey know what you call a cow with no legs ground beef huh no maybe you were too starstruck and didn't hear me man you're hopeless all right let's see if this one tickles your funny bone okay man got a joke to tell huh no one's there guess i better telephone nil get wait Ach, ich sollte jetzt nicht anfangen zu lachen, ach so. Okay, tut mir leid, ich mache mal mit den Witz, ja? Dann werde ich dich trainieren. Warte, willst du mir einen Schuss erzählen? Äh, hat einen schönen Tag, bis zum nächsten Fall. Hey, du lachst, ich sah es. Du bist ziemlich gut. Das war schwerer eigentlich. Ich will teach you the ultimate joke. Nah, ich bin mit den Jokes. Ich kam hier zu trainieren. Du kam hier zu trainieren? Warum hast du nicht so gesagt? Ich werde dich testieren, doch. Oh, ich muss sehen, was ich hier arbeite. Great, du hast es. Wer ist dieser Mann? Sehr gut, ich werde dich trainieren. Dieser Mann könnte eigentlich haben was es braucht. Jetzt schon trainieren? Ich bin ein paar Wochen. So, ich bin ein paar Wochen. Ich bin ein paar Wochen. flowst du, was ich soll ichien Sie her? Vereinbar in einen Schuss. Also sagen, das ist ein paar Wochen. oon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mean Green Teaching Machine Wonder what I'm gonna do today Maybe I can hunt some dinosaurs in this area They can be pretty dangerous, so I need to be careful But if you're a dinosaur, I'll see you soon Yeah, I know You Dinosaurier, we'll see you in the next episode of Dragon Ball again Thank you for your attention, I hope you enjoyed it Und wir werden uns das nächste Mal wieder sehen Haut rein, ciao, ciao